Die Kirche Die Kirche Dames en heren, welkom bij deze aflevering die mogelijk wordt gemaakt dankzij de gulle steun van de Alan Smith Foundation. Vandaag gaan we het hebben over een grote kanshebber op de Save You Up Award. En dat is schaligas. U hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar het is een wondermiddel. Het is gas dat gewoon bij ons in de campen onder de grond zit. We hoeven dus niet meer oorlog te voeren in Irak of Libië. We kunnen gewoon naar de mooie dorpjes in Limburg en Antwerpen trekken. We beseffen nog maar half hoe dit onze hele maatschappij kan veranderen. Er wordt momenteel helaas vooral in slechte termen over schaligas gesproken. En dit vooral in Frankrijk en Nederland waar organisaties zoals Friends of the Earth actief zijn. Deze nieuwe energiebron is nogthans een echte kans voor de Europese economie. Waarom schaligas? Vandaag zijn we verplicht om een groot deel van onze energie in het buitenland aan te kopen. Dit betekent dat onze economie volledig afhankelijk is van de schommelende marktprijs. Onze politici trachten ons te overtuigen dat we moeten evolueren naar groene energie. En dat we ons energieverbruik moeten optimaliseren. Maar kunnen we eigenlijk wel minder energie verbruiken? Nee. Schaligas is dé onverhoopte oplossing voor ons energieprobleem. Vooral nu blijkt dat er in onze Europese bodems een overschot aan schaligas zit. De techniek om schaligas te winnen is zeer eenvoudig en betrouwbaar. Het volstaat om een heel diepe put te boren tot je het schaligasgesteente bereikt. Daarna worden de boringen horizontaal over verschillende kilometers voortgezet. Vervolgens injecteert men, onder zeer hoge druk, grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in de boorputten, waardoor het gesteente breekt. Deze oplossing infiltreert in de duizenden gasbellen en duwt ze naar de oppervlakte. De gaswinning is reeds na enkele maanden afgelopen, waarna men het grootste gedeelte van het water kan recupereren, zodat de bodem niet te erg vervuilt. Dankzij schaligas kunnen we zonder schuldgevoel zoveel energie verbruiken als we willen. Eindelijk is men zich in België bewust van het potentieel van schaligas. Een hoop geologen verzamelen zich dicht bij naam, want grote oliemaatschappijen, zoals BP, Shell en Quadrilla, vervoekten maar één ding, de boringen zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Ik ben er om de Adam Smith Foundation te vertegenwoordigen. Pourquoi tant de scientifiques étrangers se rassemblent ici à Namur ? En fait, c'est pour examiner des roches qui seraient susceptibles de contenir des gaz de schiste. Et donc, vous savez que c'est une thématique qui fait beaucoup de débats actuellement. Et force est de constater qu'en fait, nos pays voisins sont bien plus avancés sur la question que nous. Et donc, il était temps pour les scientifiques belges, pour les géologues belges, de se réunir, de se mettre d'accord, de discuter un petit peu de ce sujet, avant de communiquer vers le public. Donc, je voudrais dire que c'est une urgence, c'est que nous... Il est une urgence, c'est que nous... Il est une urgence, c'est que nous allons inderdaad à savoir où on doit faire des investissements. Et schale gaz est une des possibilités. Les politiciens en Belgique sont un peu tragués. Les politiques en Belgique sont un peu tragués. Les politiques, qui peut avoir un impact important pour l'année, sont-à-dire que les personnes sont-à-dire que nous devons être dérées. Et leurs ambtenaies aussi. Il est enkel des initiatives de Liberale Partie, pour moi, pour une étude d'organiser, ou une étude-avond. Mais tu est positif pour la future? Je suis en Belgique en je suis en de sens... Je suis enige de ... Je suis enigens... Je suis enigens de schale gaz dans le Vlaamse et Waalse intergrond. ob wir sie morgen werden, oder in 10 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren. Es wird so sein, dass, mit der Erwärmung der Energiekonsumptie in der Welt, wird die Frage nach Energie immer nur zu nehmen. In den Ländern sind wir schon seit Jahren bezig, und in Engeland auch, in Polen. Ich muss die große Verantwortung von Quadrilla treffen, um sie zu pushen, um hier zu... Wollt ihr das? Ich weiß nicht, für die Wirtschafts-Economie von Wallonië. Ja, vielleicht. Ich werde es durchgegeben, aber ich glaube nicht, dass wir genug haben. Man muss die Adam Smith Foundation nicht unterschätzen. Nach einigen Telefonnummer habe ich eine Gespräche mit der CEO von Quadrilla Nederland. Er schützt die Presse und weigert oft interviews. Nicht alle Journalisten sind so betrouwbar als ich. Quadrilla ist ein Britz bedrijf in volle Bloei. Sie haben begrepen, dass investieren in Schalligas die Zukunft ist. Wir haben zwei licenties in Deutschland, eine in Noord-Brabant und eine in Noord-Ostbonder. Ist es sehr beperkt eigentlich? Ja, für ein Proofboring heb ich ungefähr ein Fußballfeld nodig. Okay. Es ist so, dass Deutschland auf diesem Moment ein gasexporterend Land ist. Wir verdienen elk Jahr viel an aardgaswinning. Das Jahr 14,5 Milliarden Euro. Das ist viel für ein kleiner Land als Deutschland. Aber die Beispiele sind, dass wir in zehn Jahren von einem exporten Land zu einem importeren Land Um die Umschlag so weit wie möglich auszustellen, können Schalligas ein schönes Anvullung sein, um noch ein Zeit lang zu exportieren und Geld zu verdienen. Und damit auch die Transition nach duurzame Energie zu helfen. Aber doch habt ihr last von den Milieubewegenen die die Publikum zu lassen lassen? Ja, das ist inderdaad so. Und wie gesagt, es sind Menschen die befreest sind wegen des möglichen Risikoes für Menschen und Milieuen. Das ist nun nicht direkt? Man hat dabei die Bilder aus Amerika auszuladen, wo es falsch sind. Echt menschliche Aktivität bringt Risikoes mit sich mit sich. Man muss sich dafür sorgen, dass die Risikoes acceptabel und beheersbar sind. Warum fokussen die Medien immer auf den negativen Aspekt? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das muss man an die Medien fragen. Aber es ist negativ News mehr und interessanter als positief News? Ich weiß es nicht. Andererseits muss man natürlich auch sehen. Amerika hat eine enorme Revolutie durchgemaakt, zum Beispiel von Schaligas. Er hat sehr viel Arbeitgelegenheit geschickt. Er hat enorme Umsatz und Gewinn geboekt. Daher ist natürlich auch positief News über Schaligas zu melden. Aber es ist immer sehr interessant, um auf die negativen Punkte in zu zoomen. Was ist für Sie der größte Vorteil der Menschen überzeugt über Schaligas? Als Sie ein Argument moesten halten? Ein Argument ist, ich denke, ein sehr wichtiges Argument, dass es eine wichtige Beiträge kann leveren in unsere Wirtschaft. Das ist ein sehr wichtiges Argument. Das ist ein sehr wichtiges Argument. Das ist fantastisch. Das ist ein sehr wichtiges Argument. Das ist ein sehr wichtiges Argument. Das ist ein sehr wichtiges Argument. Okay, spannend. Spannend, ja. Es ist klar, wir müssen so schnell wie möglich in België beginnen boren. Selbst die Groenen müssen das zugeben. Ich hoffe, dass sie nicht lastig werden mit Cifern und Studien, sondern dass sie offen stehen für eine bessere Welt. Wir haben in diesem Projekt den Direktor von Quadrila Paysbah. Er war sehr enthousiast. Er garantiert keine Probleme ecologisch. Das war eine sehr gute Alternative. Oder in einem langen, in einer Transition nach einer Energie plus renouvelte. Ich würde sehen, auf welchen Studien sie sich basen, um diese Dinge zu definieren. Es scheint, dass eine neue Studie zu diesem Thema, insbesondere auf den Klimawandel, auf den Klimawandel, auf jeden Fall, die Zahlen sind besser. Bei Quadrila Paysbah. Er garantiert, dass alle Maßnahmen notwendig sind, dass sie auf dem Klimawandel beherrachten, dass die Techniken von Fähigkeiten, auch die Techniken von Fähigkeiten, sehr viel überwachsen sind, seit dem USA. Und dass sie für sie sind, dass sie auf dem Klimawandel, dass sie auf dem Klimawandel nicht mehr impact haben. Das ist nicht der Rückmeldung des Gemeinden in den USA, die sind direkt affected by das Entwicklung. Es gab Studien, die haben gezeigt, dass der industrielle Problem ist, dass sie heute gegen eine Art von technologischen Obstacle sind. Das ist, dass, als der Puhl ist, das Flüte der Fracturation ist, das Flüte der Flüte, Die Schleunberg-Berger sind in den Schleunberg-Berger, die in den Schleunberg-Berger sind, 6% des puits qui sont forés faillissent immédiatement et après 15 ans, environ 50% de ces puits finissent par faillir. Et ça nous laisse effectivement craindre le pire puisque tant qu'il n'y a pas de solution technologique pour affronter ces problèmes-ci, les problèmes environnementaux sont quasiment inévitables. Parce qu'il mettait aussi en avant le fait que ça nous permettrait une certaine indépendance énergétique par rapport aux pays voisins. Là encore une fois, beaucoup de mythes dans une même phrase. L'Agence Intentielle de l'Energie, dans un grand rapport qu'elle a publié l'année dernière, a montré que d'ici à 2030, un développement à large échelle en Europe du gaz de schiste ne correspondrait qu'à 2 à 3% de la consommation de gaz en Europe. Ce qui absolument ne correspond à rien du tout. En tout cas, les chiffres sont évidemment beaucoup trop faibles pour nous permettre de commencer à renégocier nos contrats à long terme qu'on a aujourd'hui avec la Russie ou avec le Moyen-Orient. Donc la question du mythe de l'indépendance énergétique ne sera certainement pas obtenue grâce à un développement du gaz de schiste. Donc des mythes entretenus alors par ces grandes multinationales ? Absolument. C'est une accusation grave. Non, pas tellement. C'est une espèce de jeu rhétorique habituel entre les industriels qui prétendent que tout est clean, qu'il n'y a pas aucun problème. On a eu le cas avec le tabac il y a quasiment un siècle. On a eu le cas avec l'amiante il y a quelques années. On a eu le cas avec le plomb également dans les années 20 et les années 30. Ça a toujours été le même jeu où les industriels tirent la corde jusqu'à temps que le poteau rose finisse par être découvert et admis par l'ensemble de la société. C'est exactement la même histoire avec le gaz de schiste. On a eu le cas avec le camp. On a eu le cas avec le gaz de schiste. Ce serait très important pour notre économie de Belgique. La population et nos politiques sont sûrement pas assez d'autre. C'est important pour les gens ici que les petites petites écologiques ne devraient pas les grandes économies. Hallo, ist deine Mutter oder dein Vater hier? Nee? Oké, geen probleem. Bedankt. Dag. Ja, het is niet legaal met kinderen. Goedendag, mevrouw. We doen een enquête voor de Vlamse televisie over schaligas. Er is waarschijnlijk een groot voorraad van de energie onder de grond hier in de regio. Ze zijn van plan om te boren. Het is drie kilometers diep, dan vijf kilometers horizontaal. Ze laten iets ontploffen, dan water erin. En met de drukte van het water komt het gas uit. Maar de grond is hier toch al helemaal, door mijn activiteit van het verleden, toch al helemaal... Ja. Hoe moet ik zeggen? Niet meer heel stabiel op veel plaatsen, toch? Grondverzakingen en dergelijke. Het komt hier toch al regelmatig in het nieuws. Niet gelijk in Holland dat de huizen kan barsten. Maar nee, nee. Ze zijn zeer voorzichtig en dat is eigenlijk echt de energie van de toekomst. Ik heb hier een peticie. Ik weet niet of u dat wil ondertekenen, waarin u kan verklaren dat u geen actie zal ondernemen tegen dat. Want in Nederland is alles stil geweest. Ja, ik heb dat een beetje gevolgen. Ik wil dat wel ondertekenen, want dat is goed. U best doet om Nederlands te krijgen. Bedankt. Ja, ik wil dat ondertekenen gewoon. Dat houdt niks in voor ons nu, dat ik getekend heb. Nee, nee, nee. Nee, nee. Je kan lezen natuurlijk. Je moet weten wat u ondertekent. Wat u ondertekent. Zaliglas, ja. Schaligas. Even dachten we dat we binnenkort zonder olie of steenkool zouden zitten. Maar kijk. Daar is al een nieuw fossiel brandstof waar we nog jaren mee verder kunnen. En het vervuil zegt nog wat minder dan olie. Dit is dus een droomscenario voor ons land. Nu kunnen we eindelijk die veel te dure investeringen in zonne- en witte-energie laten vallen. En laat u deze keer alstublieft niet vangen door de groene jongens en meisjes voor wie de redding van onze planeet altijd belangrijker is dan het stimuleren van onze economie. Deel deze aflevering op de sociale media en steek de tegenstanders van Schaligas stokken tussen de wielen. Volgende week tonen we hoe gemakkelijk het is om een politicus rond je vingers te draaien. Tot volgende week. Weeens. 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 Vielen Dank.